Mahlzeit! Wir spielen wieder Dota, diesmal Axe. Ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt hier. Oh, Power-Treats gehen auf Axe. Ein guter Tag, um zu kämpfen. Nur 30 Sekunden jetzt. Oh, war vielleicht was. Lacht nicht so, Alter. Ja, die ist tot. Die werden alle tot. Das heißt, Sie sind gleich verdoppelt. Dota, 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 Dota. Da ist doch ein Spiel, dass ich nicht mehr so viel verschwunden habe. aber schauen wir mal was haben wir denn hier P.A. Op. aufwenden schnapp nur bei der Kabinett und hier mein Rangstreet hat das echt gereicht ich bin ein bisschen rostig ja ein bisschen schläfrig also sieht es mir nach ja nein ach ja warum macht sie das hi ja oops orb of corrosion na j boots ja na gut kaufen wir uns als nächstes hier so eine blade mehr so aber vielleicht ein bisschen für mana weiß ja und stick ja und was willst du ja kein mana alter gehen wir mal können ja ruhig kacken gehen was sollen die machen ja komm her Alter zu den Feind Reise die Schreiber Die Schreiber für die Möden Die Schreiber ist für die Möden Lass uns die Schreiber Lass uns die Schreiber und 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 die Schreiber Ja, Mann Fick doch nicht alle Hahaha Komplett zerkloppt So, Klassiker Shard, Heart of the Rusk Rein da Oh So, die PA weiß natürlich nicht dass ich jetzt einen Brink habe und die hier ist Keine Sack Ja, will die nicht grieft? Sie haben das Morte Wo ist sie? Patience Hat die da Quillow ein Wort? Ja Hi So Wahrscheinlich alle hier unten Aber die können ruhig kommen Aber die können ruhig kommen Ja, jetzt wahrscheinlich ein desoläter Nein, aber nicht ganz Kaufen wir uns mal So So Sniper Wo machen wir das denn jetzt? Machen wir so So Ein bisschen Arm ausdecken, ne? Mit Axe So Zerlegen wir das mal Kombinieren, entsperren Zerlegen Zerlegen, hart kaufen Kombinieren, entsperren So Ein bisschen gefettfingert muss ich zugeben Aber wir haben es jetzt, ja? Wir haben jetzt unser hart Immer ruhig bleiben hier So Schauen wir mal da rein, Yolo Oh Die Yolo in uns rein Oh, das sieht aus wie ein netter Chor Oh Ich hab keinen getroffen Gut Hm, Eternal Schraut vielleicht für Mana? Na, whatever Ich hab' die Schrautern Hm, ja So 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 Ich hab' die Schrautern Wurde Wurde Ich hab' die Schrautern Wo bin ich? Okay So Ah Ich hab' die Schrautern Wir haben gewonnen Aber einfach so war wieder zu gut gewesen 6 steaks ja, tut mir leid, dass das jetzt ein bisschen langweilig ausgegangen ist, haben wir einfach gewonnen, ne ok ja, 7 Stacks plus 10 Rüstung nice oh nein, wir verlieren noch hahaha gibt's ja gar nicht look die Weinrapieriki hahaha Rampage komm schon nice hahaha das geht weiter ok 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 danke fürs zuschauen das war mal wieder eine lustige Runde haut da rein, macht es gut wir sehen uns tschüss hinweg raus laufen hop raus bis bis hor п